Na gut, schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Halbe, dreiviertelstunde haben wir noch, dann gibt's Essen. Das heißt, vielleicht schauen wir noch eine, vielleicht schauen wir noch zwei. Am liebsten wären wir eigentlich nicht, würde das Spiel heute durchspielen, aber noch fünf kann man und wenn die... Also jetzt zum Schluss ist schon... Wir finden einen Weg, diese Turret zu machen, mehr gefährlich. Sie sollten jetzt auch in der Zukunft arbeiten. Die meisten von ihnen, in der Fall. Sie sollten arbeiten. Sie sollten einen defektiven Turret finden, in der Zukunft. Sie sollten das als Fehler in Ihrem Testreport. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich kann das hier einmal so hinsetzen. Und einmal so zum Beispiel abspüren. Ha, ha, ihr lüschen. Oh, das werden immer mehr. Fick doch die Henne. Und da bist du. Okay, ja, 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 ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon euer Problemo. Ihr seid nicht ganz sauber. Und die haben wir hier natürlich auch. Und dadurch müssen wir auch noch. Ja, du bist auch so activated. Jetzt brauchen wir erstmal hier, jetzt müssen wir erstmal kicken. Wir wollen, ähm, ähm, mal kurz schauen. Fällt der einfach zufälligerweise raus oder so? Oder landet der natürlich da oben? Wow! Okay. Hey, I think I know what I need to do. Maybe. I'm not sure 100%. I mean, not at all. Why the heck are you so fucking obertrieben? Auch da ist das Ding da. Oh, ein Kreuzkruzifix, Numenei. Ähm, wenn ich das Portal jetzt mal da so hersetze, das Portal mal da so hersetze, dann ist das eher kacke. Ne, wir wollen es andersrum haben. Wir wollen gerne das Portal da haben. Dann wollen wir das Ding da haben. So, genau. Und dann bin ich eingesperrt. Hallo? Nö, das geht doch mal so gar nicht. Wir gehen da durch. Dann gehen wir mit dem ein bisschen weiter rüber. Dann können wir jetzt hier blau setzen. Und dann können wir ja jetzt hier entspannt easy durchgehen. Weil vielleicht finden wir hier hinten irgendwas. Ist deaktiviert. Vielleicht können wir schnell genug. Geh doch mit deinem Scheißding da weg. Moment. Es funktioniert auch hier. Das heißt, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt das mache... Es funktioniert. Die Tür ist offen. Jetzt müssen wir nur noch eine Bridge da oben hin bauen. Und wir sind schon... schon durch. Eine Bridge da oben hin. Eine Bridge da oben hin. Eine Bridge da oben hin. Das heißt, wir brauchen... Ein Portal da. Dann gehen wir... Ja, doch. Ne, auf jeden Fall. Ne, 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 oder? Ne, doch. Ne, hm. Weil wir brauchen das Ding eigentlich andersrum. Weil wir können auf den hochkanten Ding... Können wir ja nicht laufen. Und ich glaube, so schnell sind wir nicht. Ne, 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 ne. Lass das mal lieber. Ähm. Oh, 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 okay. Die sind echt verdammt schnell. Um ehrlich zu sein, an die habe ich auch gerade gar nicht mehr gedacht. Also wir haben hier den Würfel und wir wurden hier nochmal hergespeiert. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Weil wir dürfen den blauen hier nicht löschen. Wir müssen den orangenen da oben hinsetzen. Hey. Wenn wir den orangenen da oben hinsetzen, dann komme ich aber auch nicht mehr in die Dings rüber, oder? Doch. Jetzt haben wir den da. Ähm. Ne. Irgendwas mache ich falsch. Nee. Nee, 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 nee. Nee? Wenn ich jetzt das da hersetze. Und jetzt wieder hierher gehe. Dann habe ich ja immer noch hier mein orangenes... Ach komm. Geh mal hoch. Und da hinten habe ich immer noch das blaue Portal. Das heißt, das würde schon passen. Ich muss jetzt bloß... ...das orangenes Portal nochmal hierher setzen. Dann komme ich hinten beim blauen raus. Kann jetzt das blaue da hersetzen. Und ich setze das Falsche. Ach, come on. Das ist so nervig. Warum ist denn dieser blaue Symbolstreifen auf der linken Seite, wenn es nicht der linke Trigger ist? Hä? Jedes Mal mache ich den Fehler. Danke. Ne, also wirklich. Das finde ich sowas von bescheuert. Ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, an dem Mod liegt. Oder ob es an irgendwas anderem liegt. I really don't know. I don't know einfach. Aber ich glaube, meine Grundidee war schon richtig. Wir haben das blaue Ding da vorne. Wir dürfen also nur... ...die... ...ähm... ...moment. Was glaube ich? Da ist ja... Genau. Ja, genau. Jetzt gehen wir hierher. Dann setzen wir den da. Den da. Genau. Jetzt gehen wir wieder da durch. Ach. Ach, er ruhig. So, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Jetzt müssen wir das orange Portal hierher setzen. Jetzt sind wir nämlich da. Jetzt setzen wir das blaue Portal... ...da her. Gehen hierher. Gehen... ...da her. ...mit dem da her. Mit dem da her. Gehen jetzt wieder in die Zeit. Setzen jetzt... ...das orangene Portal, also den blauen Knopf... ...da her. Und schon haben wir da drüben eine Brücke. Und jetzt... ...gehen wir wieder da her. Und wieder da her. ...und haben wir jetzt ein Problem. Weil wir jetzt nicht mehr rüberkommen. Oder? Scheiße. Fuck. Wir hätten jetzt in der Zukunft... ...hätten wir jetzt eine Brücke da drüben. ...ah, ist das ärgerlich. Okay, anderer Plan. Blau... ...setzen wir... ...da her. Setzen... ...da das Zukunftsding hin. Jetzt müssten wir quasi dann... ...irgendwie noch da rüberkommen. Aber die sind halt so schnell... ...dass wir... ...das nicht schaffen werden. Weil wir müssen... ...jetzt in der Zukunft... ...das orangene Portal... ...da oben hinsetzen. Und das werden wir nicht schnell genug schaffen. ...ne, das schaffen wir nicht schnell genug. Auch wenn es vielleicht eine Möglichkeit wäre... ...es ist wahrscheinlich nicht die richtige Möglichkeit. Jungs, ich sag's euch... ...es ist nicht so einfach. Gut, neuer Plan. Wir waren ja schon mal nicht schlecht dabei. So. Das Ding muss da her. Okay. Ich weiß manchmal nicht genau... ...was mein... ...was mein Ziel ist. Was will ich denn eigentlich tun? Ey, manchmal bin ich so verkopft. Und, und... ...also, beziehungsweise... ...ich überlege mir Sachen... ...und im nächsten Moment weiß ich nicht mehr... ...was wollte ich denn eigentlich? Das Problem ist, wenn ich das blaue Portal... ...wieder umsetze. Dann komme ich nicht mehr nach hinten. Ich muss zuerst hinten sein. Das heißt, ich muss das orangene Portal... ...da her setzen. Wenn ich jetzt das blaue Portal nach oben setze. Dann... ...in die... ...Zukunft gehe. ...das blaue Portal hierher setzt. Dann bin ich hier. Wenn ich jetzt wieder in die Zeit gehe... ...dann ist es immer noch da oben. So. Jetzt... ...setze ich das orangene Portal... ...hierher. Setze... ...hier meine Vergangenheit. Beziehungsweise gesagt die Zukunft. Und setze jetzt das blaue Portal... Hä? ...nach geht ja wieder nicht. Willst du mich verarschen? Wenn ich das jetzt... ...na, es bringt mir nichts. Es bringt einfach nichts. Leute, was habe ich mir hier angetan? Ich muss irgendwie... ...zwei Portale synchronisieren. Ich muss aber auch... ...in der Zukunft... ...in der Zukunft... Ich glaube, ich muss in der Zukunft drüber. Ich muss diesen... ...Ding... ...hier durchjagen. Dann kommt er hier raus. Dann bin ich hier. Und dann, was ich jetzt brauche, ist das blaue Portal da oben. Und das Problem ist aber, dass ich das so ändern muss... ...dass ich ja... ...zuerst diese Portale richtig setzen muss. Und erst dann kann ich den anderen Portal nochmal neu setzen. Leute, das gibt's doch nicht. Weil auch wenn ich jetzt nämlich das Portal hier richtig setze... ...ja? Dann habe ich diese Brücke. Aber ich komme nicht da hoch. Und deswegen... ...muss eigentlich das blaue Portal... ...hier einmal raus. Dann in die... Das Problem ist, wenn ich das jetzt... Ich glaube, ich habe es schon wieder verkackt. Aber ich weiß einfach... ...die richtige Reihenfolge gerade nicht. Ich bin echt froh, dass wir immer wieder hier spawnen. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwie den Würfel aus der Zukunft brauchen. Glaube ich nicht. Macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Neue Idee. Wir können ja das blaue Portal hier schon setzen. Von mir ist auch das orangene Portal. Das heißt, das orangene Portal muss ich ja jetzt nicht mehr umsetzen. Jetzt gehe ich in die Vergangenheit, setze das orangene Portal... ...da her. Irgendwie so. Ist ja wurscht. Gehe jetzt wieder hierher. Ich darf das orangene Portal jetzt nicht mehr versetzen. Aber ich kann doch jetzt hierher gehen. Kann jetzt doch hier das blaue setzen. Kann hier... ...ne Zeitachse einbauen. Kann jetzt... ...hier das blaue setzen. Und dann kann ich doch da rüber gehen, oder? Ich meine, wo ist denn jetzt das Problem? Also, weiß ich nicht. Mach das doch einfach mal. Weil offensichtlich funktioniert das ja. Nicht? 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 Das finde ich schön, finde ich sehr schön, weil wir glaube ich jetzt endlich mal ein bisschen in den Kammern sind, die ein bisschen außergewöhnlicher sind. Und Kammer 22 ist hier, da wollen wir auch hin und es ist eben mal nicht so ein direkter glasklarer Weg, sondern wir müssen da jetzt tatsächlich mal ein bisschen uns überlegen, wie wollen wir das machen. Was haben wir da für Möglichkeiten? Also, die Möglichkeit hatten wir die ganze Zeit schon. Alles klar hier, mein Bärchen. Die Frage ist jetzt nur, was bringt es mir, wenn ich jetzt, sag ich mal hier, ah. Guckt ihr den, da oben ist ein Würfel. Warte, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Easter Egg ist oder ob ich da wirklich... Hm, nee. Wie soll ich zu dem Würfel da hinkommen? Brauche ich den Würfel überhaupt? Ich will den ganz... Wobei, es müsste wurscht sein, oder? Ja, nee. Wir setzen ihn lieber ein bisschen weiter rüber. Genau. So. Perfekt. Gegen sich aus. Ich glaube, der Würfel ist ein Easter Egg. Trotzdem schön. 22. Kamber. Nicht mal ein Ladebildschirm. Aber vielleicht eine neue Folge. Ziemlich sicher eine neue Folge. Oh, oh.